Herzlich Willkommen hier auf dem Bewegtbild-Account von Poughkeepsie Network. Heute zeige ich euch ein weiteres Produkt aus dem Hause Bowers & Wilkins. Vor kurzem habe ich euch die P7 Wireless vorgestellt. Ganz schönes Paar Kopfhörer, die nicht kabelbetrieben sind, also sprich über Bluetooth angesteuert werden können. Natürlich auch mit Kabel, wenn man mag, aber vor allem auf die Wireless-Übertragung ausgelegt sind, passen natürlich zum neuen iPhone, iPhone 7 und 7 Plus, wo ihr das Ganze keinen Klickenstecker mehr habt, sondern das Ganze, die Musik, zum einen über den Lightning-Port, aber eben auch über Bluetooth ansteuern könnt. Aber heute kommen wir zu einem anderen Produkt, wie vorher schon erwähnt, ist es das P3, die P3 aus der zweiten Serie. Und die möchte ich mit euch doch mal ein bisschen genauer anschauen. Ich will mal kurz den Kunststoff entfernen. Die Verpackung. Die Verpackung selber, auch wie schon beim P7 Wireless, sehr schlicht gehalten, wie ihr hier sehen könnt, glitzern aufgetragen. Den Namen, oben natürlich auch Bowers & Wilkins nach dem gleichen Muster. Auf der Seite genau das Gleiche. Rückseitig auch wieder ein bisschen in Kurzbeschrieb, um was es da genau geht. Und die linke Seite genauso wie die rechte. Unten noch ein bisschen mehr. Made übrigens für iPod, iPhone und iPad. Das Ganze ist MFI-zertifiziert und funktioniert soweit perfekt mit euren iDevices. Dann haben wir hier nochmals ein bisschen was. Voilà. Und jetzt mal kurz den Deckel, der wieder sehr gut hält. Öffnen. Und da kommt, im Gegensatz zum P7, möchtet ihr euch vielleicht noch erinnern, wenn ihr das Video gesehen habt, ansonsten unten in der Beschreibung ist das Video verlinkt, war das Ganze leicht abgeschrägt und ihr habt gleich den Kopfhörer drauf gesehen. Hier kommt als allererstes die Transportbox zum Vorschein. Die gefällt mir auch schon deutlich besser als die beim P7. Mein erster Eindruck hält sich nach wie vor ein bisschen, dass es ein bisschen ausschaut wie eine Damenhandtasche. Das Ganze hier ist jetzt eine Hartschale. Sprich, genau, da kann einiges passieren, ohne dass eurem Kopfhörer was passiert. Darunter, verpackt, findet ihr zum einen zentriert in der Mitte die Bedienungsanleitung, die ist da schön festgeklebt. Und da auf der Seite schaut noch was raus. Genau, das 3,5 mm Klinkenstecker, also der 3,5 mm Klinkenstecker zum Anbinden an euer Device, über den ihr eure Musik geniessen möchtet. Doch machen wir mal die Hartbox auf. Wie ihr hier hoffentlich sehen könnt, genau, Bowers & Wilkins ist hier schön eingelassen. Auf der Unterseite ist nichts, einzig eine kleine gerade Ebene, damit das Ganze auch stabil auf dem Tisch steht. Hinten zum Aufklappen, vorne, nee, keine Öffnung, einfach aufziehen, schnappt gegen Schluss auf. Und hier drin sind dann die Kopfhörer. Wow, die sind definitiv kleiner. Wenn man hier nochmals den direkten Vergleich wagen mag, zu dem P7 Wireless, Over-Ear, On-Ear, schon eine andere Nummer. So, ausklappen. Das Ganze vom System her relativ ähnlich, oder sehr ähnlich, besser gesagt, oben ein Bügel, hier nicht mit Leder. Das Ganze ist irgendwie ein Kunststoff, ein sehr angenehmes Kunststoff. Und inwendig ist es ein bisschen gepolstert. Rechts und links. Auch hier wieder die typischen Bügel, die man so kennt. Und wie beim letzten, habe ich ja erwähnt, beim P7, hier nicht in, also hier im schwarzen Kunststoff gehalten. Hier sieht man, was ich meinte. Hier normalerweise bei Bowers & Wilkins auch in Chrom. Sieht ganz schick aus. Und die Aussenseite genau das Gleiche. Wie beim grossen Modell ist das Gleiche auch hier. Hier, die Ohrpads sind mit einem Magnet befestigt. Nicht ganz so stark wie beim grossen. Hier auch wieder sehr bequeme, zumindest wie es sich jetzt anfühlt. Auf den Ohren hatte ich es noch nicht. Sehr weiche, oder angenehm weiche, und dennoch ein bisschen härtere Earpads. Und ein kleines, ich hoffe man kann es sehen, genau, hier im Leder eine Ausstanzung. Und hier seht ihr auch wieder das Kabel, was hier reingeht. Und dann eben bei euch im Klinkenstecker landet. Das, was ihr vorgesehen habt, ist anscheinend ein zusätzliches Kabelpaar. Auch immer praktisch. Weiss man nie, was damit passiert, oder ob man sowas mal nicht verlieren kann, oder mag. Aufpappen, und schon ist es wieder drauf. Ja, das war es eigentlich so zum kleinen Unboxing von Bowers & Wilkins. Der P3 aus der Serie 2 sind definitiv leichter als das P7. Sind definitiv kleiner, eben nicht Over-Ear, sondern nur On-Ear. Und hier bin ich natürlich sehr gespannt, wie das vom Ton her auch klingt. Und ja, mehr Informationen zu den beiden gibt es unten. Wie gesagt, das andere Video auch ja verlinkt. Ansonsten alles unten, Kauflinks und so weiter, findet ihr in der Description-Box. Besten Dank fürs Reinschauen. Wenn ihr euch den Kanal abonniert, bekommt ihr immer wieder neue Gadgets präsentiert. In dem Sinne, auf bald schon wieder, euer Pogipsi. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.